von links halten so weit links liefen das hier noch mal überlebt ein bisschen zeit mitgemacht übel aber kaum leveler wochen man das ist doch krass weil da steht nämlich jetzt nur independence pass speedwall und dass er da wirklich um zwölf sekunden schneller ist keine ahnung das weiß ich nicht ob ich das wirklich glauben soll weil ich bin wirklich gerade recht gut durchgekommen und ganze zwölf sekunden das ist schon eine heftige zeit wenn es von der ganzen nach ich werde es gleich noch mal sehen aber irgendwie ist es ein bisschen verwirrend oder man kann man kann jetzt cheats eingeben und endlich nidro oder so aber das wär mir irgendwie stelle ich mal vor so die etappe ist schon mal fertig zweiter gegen freunde ach komm stimmt überhaupt gar nicht jetzt mal gucken allgemein wegen der zeit bei der etappe nächste etappe starten nö ja sind nämlich insgesamt zwölf sekunden warum wurde es dann so blöd angezeigt aber das sind jetzt auch nur die zeit mehr von leichter so alle ist lustig vor allem der part ging jetzt wie lange drei minuten zwei drei minuten ist auch egal Leute um die sehen uns beim nächsten Part aber insgesamt bin ich sogar besser momentan der gute Leute wir sehen uns bei dem nächsten Part dann mit 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 ach so das kann man auch gar nicht sehen was die nächste etappe ist egal und wir sehen uns auf jeden Fall dann bis dann tschüss